Musik Das ganze Plan, das ganze Organisieren, alles vor dem Wettkampf, so etwas in dieser Art habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. So ein grosses Projekt, auch die Wettkämpfe selber, die Zeiteinteilung, das ganze Management, die Wettkampf improvisieren, das kann man sicher gut mitnehmen und auch gut brauchen. Also ich habe schon immer gewusst, wenn ich gehen kann, dann möchte ich gehen. Auch wenn es vielleicht eine strenge Zeit, eine intensive Zeit gibt. Aber es ist cool, wenn man mitmachen darf. Und es ist wirklich auch für die Zukunft, finde ich. Also hoffe ich, ist das eine gute Sache. Genau. Ich würde es eindeutig jedem, der die Chance hat, weiterempfehlen, an den SwissKills mitzumachen. Weil man lehrt so viel über die eigene Person, wenn man in Stresssituationen umgeht, wenn man mit den Mitmenschen umgeht, wenn es nicht immer so einfach ist. Und auch wirklich das Fachliche vom Beruf selber. Man kann so viel noch dazu lernen in dieser Übungsphase. Ich würde es wirklich jedem empfehlen. Und auch die Atmosphäre da ist einfach einzigartig. Es ist eine coole Sache, ja. Und das hat es nicht damit gefällt. Ich würde es beopot